Na, da wollen wir mal sehen, was es heute zum Frühstück gibt. Ah, faule Milch. Ich esse heute Wurst. So, mit ohne Brot. Mit ohne Brot, bis es so schlecht wird. Oh, das dauert lange. Es werden wir nirgendschen. Vielleicht sollte ich mir gleich eine Schweizerzeiberwurst nehmen. Sag einmal, was hast du mit dem Käse wieder gemacht? Das ist doch feste, faule Milch. Nicht so nah an meine Wurst hin. Moment, jetzt müssen wir das Ei, den Tee müssen wir ziehen lassen. Das Ei müssen wir ausziehen. Das Ei, das wickeln wir aus. Ziehen. Und jetzt machen wir da heiß. Ich könnte ja von der Wurst auch noch was nehmen. Ja, kannst du ja von der anderen Wurst auch nehmen. Das ist aber, vielleicht sollte ich die Wurst zusammenwursteln. Ja, wie du willst. Oder ich setz mich gleich zur Wurst. Oh, das darf ich tun. Das ist meine Aufgabe, zur Strafe blasen. So, morgen, ja. Das aus. Ich darf die Streichelhölzer ausblasen. Das hast du mir versprochen. Gut, machen wir es nochmal. Also. Aber nur eins. Punkt. Ah. Oh. Schön hab ich das gemacht. Bevor ich die Kerze angezündet hab, darfst du es nicht. Das muss man einfach verklären. Das muss man einfach. Ja. Wieso? Wieso? Die Kerze muss brennen. Die Kerze musst du brennen lassen. Ach, die muss brennen bleiben. Das wird doch der Tee kalt. So was muss man einem doch verklären. Ja, was man dir alles erklären muss. So. Jetzt so. Jetzt darfst du es ausblasen. Ja, bloß. Ja, ja, warte. Das brennt so schön. Oh, toll. Oh, und jetzt die Kerze auch noch. Nein, die Kerze bleibt jetzt. Sonst wär ich narrisch. Das ist so. So. Da kommt jetzt der Tee drauf. So. Jetzt ist sie weg. Ui. Wo? Wo wolltest du mein Ei? Ich will auch ein Ei haben. Ich hab nur das eine Ei. Wieso isst nur immer du ein Ei? Da bekomm ich die Hälfte ab. Du kriegst die Hälfte ab. Jetzt pass auf. Warum haust du das jetzt kaputt? Ein Ei haust du nicht kaputt. Ich mach's auf. Da schau her. So. Mhh. Ei. Schönes Ei. Und mit Salz. Mit Salz. Mit Salz. Mit Salz. Und der erste Bissen ist für mich. Und der zweite für dich. Und der neunte wieder für mich. Und der zwölfundzwanzigste ist wieder für mich. Jetzt mach den Mund ab. Jetzt. Aaaaah.